Hallo zusammen, ich bin Luca und ich habe heute ein ganz besonderes Hands-On-Freude dabei, nämlich den X-Jimmy Horizon Ultra. Das ist der erste 4K-Beamer, der auch Dolby Vision unterstützt. Und er vereint zwei Projektionstechnologien, nämlich Laser und LED. Da haben wir die Abdeckung, die geht dann nachher runter, da kommt die Projektionslinsen, die das Bildfühler projiziert. Unteran haben wir zwei 12-Watt-Lautsprecher von Harman Kardon, die unterstützen Soundformate wie DTS-HD und Dolby Digital. Wenn wir das Ganze jetzt so umdrehen, dann können wir die Anschlüsse führen, dann haben wir einen LAN-Anschluss, USB zweimal, HDMI 1, HDMI eArc für den Sound, auch einen optischen Eingang, auch alles, was es halt so für den Kinoabend braucht. Und damit die Deca losgehen, muss man den Beamer jetzt erst mal einrichten. Der Beamer ist eingesteckt, das Licht ist stimmt, jetzt müssen wir nur noch den Bildausschnitt anpassen. Und um zu demonstrieren, wie einfach das geht, haben wir einen Bilderrahmen aufgehängt, wo der Beamer sich daran ausrichten kann und danach können wir noch die Farbe kalibrieren, weil den Hintergrund von diesem Rahmen haben wir natürlich farbig gemacht. Und jetzt machen wir das in zwei Schritten. Der erste Schritt ist die Trapezkorrektur, sprich, der Beamer passt jetzt den Ausschnitt, findet er automatisch den Rahmen und das Bild entsprechend anpassen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, als ob das eure Leinwand wäre, die wäre normalerweise wahrscheinlich viel grösser als unser Rahmen jetzt, der ist etwa 40 Zoll in der Diagonale. Der Beamer kann aber sogar bis zu 200 Zoll Bilddiagonale anzeigen. So, und jetzt hat er das schon angepasst, innerhalb von Sekunden, was ich normalerweise mindestens eine Stunde habe, wenn ich das manuell mache. Bin nicht so gut in dem, muss ich zugeben. Und der zweite Schritt, das ist die Wandfarbabpassung oder die Farbkalibrierung, weil eben, wir haben ja so einen leichtblauen Hintergrund und jetzt sieht man, dass vor allem beim Weiss, dass es leicht wärmer wird. Also so, wie es in Hollywood normalerweise kalibriert wird, das nennt man dann in der Fachsprache Weisspunkt D65. Und jetzt haben wir die Farbe korrekt auch schon eingestellt. So, das Einzige, was man noch machen muss, ist ein Film einschalten. Zum Beispiel da, unser gemütlicher Kaminfeuerli. Schön heimelig. Shit, habt ihr das gesehen? Boah, lieber etwas anderes. Das ist er also gewesen, der X-Jimmy Horizon Ultra. Wie gesagt, der erste 4K-Beamer mit Dolby Vision Unterstützung gesteuert, wieder mit Android-TV, er hat einen Chromecast eingebaut. Ja, also abgesehen davon, dass er alles hat, was man braucht, ist er auch noch mega einfach zum Installieren. Für mich so, kurzes Fazit nach dem Hands-On 1A. Ja. Cut. Okay. Hast du die Kamera ausgeschaltet? Ja, ich bin ja nicht dumm. Ich weiss auch nicht, ja. Nein, heute läuft sehr vieles sehr komisch. Das muss man nicht sehen mit dem Bild. Jetzt bin ich echt der Einzige. Ich finde es irgendwie auch kalt. Ja. Die Raffi. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020